Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 29. März 2022. Heute wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Eine runde Schere Steinpapier zwischen Papa und Sascha. Beide eine Griegsruh auf dem Spielstand, endete ganze 203 Mal in Folge unentschieden. Es gibt offensichtlich schon Bestrebungen, diesen Rekord zu brechen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich muss jemandem davon berichten. Die Mi-Nachrichten gefallen mir wirklich sehr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Wasser Mädchen Wasser. Der 29. März war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.